Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht-der-Weisheit-letzter-Schluss. Ja, dieses Video ist von einer doch länger geplanten oder vielmehr überlegten Serie, die da heißt Linux begreifen. Und das ist jetzt der erste Teil. Darum geht es, dass wir zusammen Linux installieren. Das ist so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und ich erkläre euch dabei so ein paar Grundbegriffe, sowas wie Distribution und so weiter. Noch ein bisschen zu dem Titel von dieser Serie und worum es dabei insgesamt gehen soll. Also Linux begreifen heißt das Ganze. Es geht nicht darum, um euch irgendwelche tollen, unglaublich super duper Tipps beizubringen, wie ihr euren Desktop noch schöner und schicker machen könnt. Diese Serie ist für diejenigen von euch gedacht, die sich eingehender mit Linux beschäftigen wollen. Also es geht mir um Hintergründe und darum, um euch Grundlagenwissen zu vermitteln. Das Ganze soll natürlich auch einen Praxisbezug haben und ich möchte euch Fähigkeiten auf der Kommandozeile beibringen. Und das Ganze soll ohne grafische Oberfläche funktionieren. Und ihr sollt wirklich verstehen, was ihr tut. Also da sind viele Dinge bei, die ihr vielleicht auch von anderen Betriebssystemen her kennt. Also wirklich Grundlagen und die ihr hier auch wieder findet, dass ihr wirklich wisst, was ihr tut und nicht einfach irgendwelche Anleitungen aus dem Internet befolgt, wo dann steht, klicke hier, klicke da und so weiter. Also dass ihr wirklich, wirklich wisst, worum es geht. Also begreifen. Ja, ich mache das Ganze einmal hier als Videoserie. Aber wenn ihr mich auch buchen möchtet für Schulungen für euer Unternehmen oder auch für Workshops, könnt ihr das gerne tun. Also entweder wir machen das Ganze online oder, falls es passt, auch vor Ort direkt bei euch. Meine Schulungen und Workshops, die richten sich direkt nach dem, was ihr haben möchtet. Also welche Bereiche ihr da drin gerne haben möchtet. Ich habe eine ganze Menge und das Ganze soll sich natürlich um Linux und Open Source drehen. Sehr, sehr viele Themen sind dort denkbar. Das Ganze kann aufgezeichnet werden als Video, sodass ihr es intern nochmal für hinterher nachgucken und auch als Dokumentation verwenden könnt, um das vielleicht auch späteren Generationen nochmal so ein bisschen weiterzugeben oder so. Eure Anfragen könnt ihr über meinen Kontaktformular an mich richten und dann können wir mal gucken, ob wir da zusammenkommen. Im Laufe der Zeit ist so einiges zusammengekommen, so als Basisschulungsmaterial. Das könnt ihr kostenlos herunterladen. Das Ganze heißt Administration von Debian und Chrome Textmodus. Der ist ja über die Zeit eine Menge zusammengekommen, von wegen Netzwerkkonfiguration, wie funktioniert Paketmanagement unter verschiedenen Distributionen, wie baut man Pakete, wie konfiguriert man dieses, jenes und welches. So was findet ihr alles da drin. Aber wenn ihr mich buchen möchtet, dann wäre ich auch nicht traurig. So, so viel dazu. Gehen wir jetzt mal direkt rein, was wir heute vorhaben. Es geht erstmal um grundlegende Begriffe. Distribution. Was ist das überhaupt? Letztendlich ist so eine Distribution eine Zusammenstellung von meist freier Software, die auf einem Rechner installiert werden kann. Dabei ist es meistens so, dass so ein Hersteller, sei ein Distributor oder ein freies Projekt, diese Software so zusammenstellt, dass sie ein Installationsmedium herunterladen können. Das ist oftmals eine ISO-Datei. Die könnt ihr auf eine CD oder eine DVD brennen, beziehungsweise einen USB-Stick damit vorbereiten oder das Ganze unverändert in einer virtuellen Maschine betreiben. So was wie VirtualBox oder was auch immer ihr für einen Virtualisierer verwendet. Bestandteile von einer Distribution können unter anderem sein. Normalerweise ist ein Linux-Kernel drin, denn es ist eine Linux-Distribution. Es gibt sowas auch für andere freie Betriebssysteme wie BSD. Da gibt es verschiedene Varianten. Oder FreeDOS zum Beispiel gibt es auch eine Distribution. Aber darum soll es hier nicht gehen. Also der Linux-Kernel ist ein integraler Bestandteil und ja, das eigentliche Betriebssystem. Der Rest drumherum, sowas wie Treiber und Bibliotheken kommen dazu. Und je nachdem, wie man das Ganze definiert, gehören die nicht direkt zum Betriebssystem dazu. Also der Linux-Kernel ist eigentlich das Betriebssystem. Aber ohne Treiber für verschiedene Hardware wie Netzwerk oder Grafikkarten läuft natürlich nichts. Und Bibliotheken, die bündeln Funktionen, die in verschiedenen Programmen immer wieder verwendet werden und deswegen nicht nochmal neu implementiert werden. Also sowas wie Zugriffe auf Dateien, auf Datenbanken, auf 3D-Grafik und so weiter. Und da gibt es verschiedene Bibliotheken, sodass, wenn man was Neues programmiert, dass man sich auf etwas beziehen kann, was es schon gibt. Und das heißt Bibliothek. Daneben gibt es eine Menge textbasierte Kommandozeilenprogramme. Also sowas werde ich häufiger euch mal vorstellen. Darum geht es hier um auch. Sowas wie Synchronisation von Dateien übers Netzwerk, Suchen und Ersetzen in Dateien, Konfigurationen von diesem, jenen welchen und wirklich die tollsten Dinge. Und das Ganze funktioniert auf der Kommandozeile und im reinen Textmodus. Also wir brauchen keine grafische Oberfläche dafür. Viele von diesen textbasierten Kommandozeilenprogrammen, die lassen sich auch zusammen kombinieren, sodass man umfangreiche Probleme damit lösen kann. Dann gibt es natürlich auch eine Reihe von Serveranwendungen, sowas wie Webserver, Datenbanken oder sowas, ich habe es mal ganz allgemein, Netzwerkweite, Benutzerverwaltung, sowas wie LDAP, Kerberos, so in die Richtung von Active Directory. Sowas kann man mit Linux auch machen. Und da gibt es natürlich noch viele, viele, viele weitere Serveranwendungen. Und sowas werde ich in den folgenden Folgen wahrscheinlich auch mal vorstellen. Dann gibt es natürlich auch grafische Programme, sowas wie Webbrowser, Office-Pakete oder auch Spiele. Und damit man das Ganze einfacher grafisch bedienen kann, gibt es Desktops beziehungsweise Oberflächen dafür. Ja, also das, was ihr von anderen Betriebssystemen auch kennt, also die bunte Oberfläche, wo man andere Programme mit starten kann. Jede Distribution kann aus diesem doch sehr großen Topf an verschiedenen Komponenten sich was rausnehmen und nach eigenem Belieben was daraus zusammensetzen und dann als Installationsmedium oder als Pakete, die es übers Internet zu beziehen gibt, einfach vertreiben. Das ist das Schöne dabei. Nachdem ihr jetzt grundlegend wisst, was so eine Distribution überhaupt ist, die Frage, welche soll ich denn überhaupt nehmen? Da sich diese Serie eigentlich eher an Linux-Einsteiger richtet, also ihr habt zwar, denke ich mal, eine Menge Erfahrung mit Rechnern allgemein, mit anderen Betriebssystemen, aber eben noch nicht so wirklich mit Linux, empfehle ich euch als erstes Debian zu verwenden. Das aus folgenden Gründen. Einmal ist Debian weit verbreitet und bildet die Basis für viele andere Distributionen, zum Beispiel Ubuntu oder Linux Mint, was ihr vielleicht schon mal gehört habt. Debian legt außerdem sehr starken Wert auf Stabilität. Ihr bekommt drei Jahre Support und mindestens zwei Jahre obendrauf noch LTS-Support. Also ihr habt mindestens fünf Jahre, vielleicht ein bisschen mehr, wo eure Distribution unterstützt wird. Debian kommt ungefähr so alle zwei, zweieinhalb, drei Jahre raus. Da gibt es eine neue Version. Und während dieser Laufzeit gibt es Sicherheitsaktualisierung, aber keine Funktionsänderung. Also das sorgt für einen sehr stabilen Betrieb, sodass auch Konfigurationsdateien so bleiben, wie sie sein sollen, sodass ihr nicht ständig irgendwas nachbauen oder korrigieren müsst oder anpassen müsst. Also so ein Debian-System könnt ihr über die ganze Zeit betreiben und ihr bekommt Sicherheitsaktualisierungen dafür. Also euer System ist sicher und es werden sich höchstwahrscheinlich keine Probleme dabei ergeben. Nach dieser Zeit oder am besten ein bisschen vorher, bevor eine Distributionsversion eingestellt wird, solltet ihr zu einer neuen migrieren. Das ist üblicherweise bei Debian auch nicht wahnsinnig schwierig. Also ihr habt, sagen wir mal so, die Ruhe vor allzu starken Veränderungen innerhalb von so einer Version. Darüber hinaus ist Debian für verschiedene CPU-Architekturen verfügbar. AMD 64, also alles, was PC und 64-Bittig ist, das wird durch diese AMD 64-Plattformen unterstützt. Ihr habt auch ARM, also sowas wie im Raspberry Pi in den neueren drin ist oder auch auf verschiedenen anderen Systemen von klein bis groß. Also eine andere CPU-Architektur, ARM 64 habt ihr. Ihr habt i386, also PC in 32-Bit und noch eine Menge weiterer Architekturen. Und für alle diese Plattformen gibt es quasi dasselbe Debian. Und egal, was ihr für eine Hardware drunter habt, ihr fühlt euch da sofort zu Hause. Also es fühlt sich eigentlich überall genauso an. Das ist das Schöne dabei. Debian hat auch eine große Community, also so eine Gemeinschaft mit sehr vielen Anwendern, die Debian verwenden. Da gibt es im deutschsprachigen Raum zum Beispiel debianforum.de-forum oder für Debian und alle möglichen anderen Distributionen auch im deutschsprachigen Raum gibt es forum.linuxguides.de. Nachdem ihr jetzt wisst, warum ihr unbedingt Debian verwenden solltet, und die Frage, wo kriegen wir das Ganze überhaupt her? Es gibt natürlich eine Projektseite zu Debian, das ist Debian.org, beziehungsweise der Link zum Download ist www.debian.org-download. Da bekommt ihr normalerweise ein Debian-Installations-Image angeboten. Da steht einmal Debian im Namen drin, dann die Versionsnummer, keine Ahnung, 12.03 oder sowas. Also die Versionsnummer ist in XX, Y und Z kodiert und normalerweise bekommt ihr auch dieses AMD 64 ISO, das auf allem, was 64-Bit und PC ist, sich installieren lassen sollte, funktioniert. Dann der nächste Teil davon ist NetInst. Das ist ein Netzwerk-Installations-Medium. Das ist relativ klein, das könnt ihr auch auf einer CD brennen. Der ist nicht viel bei, denn die meisten Pakete werden wirklich aus dem Internet heruntergeladen, soweit sie gebraucht werden und dann auf dem System installiert. Es gibt auch andere Medien, also es gibt Blu-Rays, die ihr in einzelnen ISOs runterladen und brennen könnt. Es gibt DVD-Medien, es gibt auch CD-Medien und die könnt ihr alle brennen oder auf dem USB-Stick packen und davon installieren. Und bei diesen größeren Medien, da braucht ihr nicht unbedingt einen Internetzugang. Also das könnt ihr irgendwo installieren ohne Internet. Aber dann seid ihr natürlich darauf angewiesen, dass auf diesem Installations-Medium beziehungsweise den Medien alles drauf ist, was ihr haben möchtet. Wir sind im Moment gerade so ein bisschen in so einer Umbruchphase. In ein paar Wochen kommt eine neue Debian-Version raus. Das wird Debian 12 sein. Die sind schon ziemlich weit. Aktuell gibt es, also im Moment, während ich das Video aufnehme, gibt es von der neuen Version, die Bookform heißt, ein Release Candidate 3. Also das ist wirklich schon sehr weit. Ich werde damit auch arbeiten, in diesem Video und in den nächsten auch. Denn das Ganze ist schon jetzt so stabil, dass man damit eigentlich schon natürlich loslegen kann. Aber es ist noch nicht offiziell als Version 12.0 freigegeben. Von daher nehme ich das jetzt trotzdem, weil jetzt noch mit 11 anfangen. Das lohnt sich irgendwie nicht mehr. Wenn jetzt die neue Version 12 wirklich rausgekommen ist, dann ignoriert diesen Link, wo es diese Vorab-Version gibt und nehmt das Netzwerk-Installations-Image, wo denn schon 12 drin steht. Das ist auch das, was euch vorgeschlagen wird, wenn die Version 12 rausgekommen ist. Ich mache das Ganze jetzt einmal parallel mit euch zusammen. Also schnappt euch jetzt einen Webbrowser und dann gucken wir einmal zusammen auf die Debian-Seite. Ich habe hier einmal diesen Bookform-Link drin, also mit der Vorab-Version Release Candidate 3. Wenn wir da einmal draufgehen, dann haben wir hier so Unterverzeichnisse für die verschiedenen Architekturen. und da gibt es AMD64, was ihr höchstwahrscheinlich für euer System braucht. Oder ARM64, wenn ihr vielleicht ein Mac verwendet. Weiß ich nicht, ich habe keinen. Wo es denn für diesen M1, M2 da Virtualisierung auch schon gibt. Dazu komme ich gleich nochmal. Und da braucht ihr eher das. Aber für alles andere braucht ihr AMD64. Darum nehme ich das jetzt auch mal. Also draufklicken. Dann gibt es hier die verschiedenen Verzeichnisse mit ISOs. Also ISO-BD ist Blu-Ray-Disc CD, eben kompaktes CD. Und ISO-DVD, also die verschiedenen Größen. Da haben sie schon mal was vorbereitet. Was wir jetzt brauchen, ist unter ISO-CD, bisschen runterscrollen, und am Ende gibt es dann hier Debian Bookworm, DIRC3, AMD64 und NetInst ISO. Genau. Das Ding wollen wir haben. Das laden wir irgendwo runter und dann haben wir das nach gewissen Zeit. Während das Ganze jetzt schon mal runterlädt, je nachdem wie, oh, es ist doch deutlich größer als ich dachte. Ich dachte, es ist kleiner und haben sie es vielleicht jetzt ein bisschen anders gemacht. Ja, also 738. Das kriegt man das auch noch auf dem CD-Row-Link. Könnte gerade so passen. Für die anderen Macs, die noch eine Intel-CPU haben, könnt ihr das hier nehmen. Und ansonsten, ja, dann haben wir hier noch, nochmal zurück, nochmal zurück. Da hättet ihr auch noch hier ARM64. Also das ist ein Bereich, wo ich mich nicht auskenne. Das mag sein, dass dieses ARM64 auf den neuen Macs funktioniert. Aber probiert das mal aus und schreibt es am besten auch in den Kommentar dazu, ob es klappt. Ich kann es nicht ausprobieren. Dann haben wir natürlich noch im Gegensatz zu dieser Vorab-Version die normale Debian-Seite, wo ihr normalerweise was runterladet. Und das ist diese hier. Das ist die Download-Seite. Und normalerweise wird euch auch das vorgeschlagen, was gerade aktuell ist. Im Moment ist noch Debian 11. Bullseye ist der Codename dafür noch aktuell. Und darum bekommt ihr das hier vorgeschlagen. Genau. Also wenn Debian 12 rausgekommen ist, dann wird hier auch stehen Debian 12.00 oder irgendwie sowas. Und dann ladet das einfach runter und ignoriert das, was ich gerade eben gezeigt habe. Bei mir ist jetzt dieses ISO auch schon runtergeladen. Darum kommen wir zum nächsten Punkt. Damit wir uns das Leben ein bisschen einfacher machen, soll das Ganze in Virtualisierung funktionieren. Stichwort Virtualisierung. Was ist das überhaupt? Mit Virtualisierung kann man physikalische Hardware, also die wir in unserem Rechner drin haben, also RAM, CPU-Kerne, Festplatte, beziehungsweise SSD, Netzwerk und so weiter, kann man aufteilen. Also man kann einem Gastsystem Teile von dem, was physikalisch vorhanden ist, quasi ausborgen. Also von 16 GB RAM kann man einem Gastsystem vielleicht vier geben, von acht CPU-Kernen nochmal zwei, von der Festplatte, wo man ein paar TB hat, vielleicht mal 50 GB abknapsen und die Netzwerk-Karte, die vorhanden ist, die teilt man auch. Damit kann man parallel auf einem Wirt-System, einem Host, mehrere Betriebssysteme parallel ausführen und die sind voneinander abgeschottet. Also weitestgehend, gibt natürlich immer Sicherheitslücken, sodass die nicht hundertprozentig abgeschottet sind, aber doch sehr weitgehend voneinander. Und man kann auf demselben Wirt-System, was vielleicht ein Windows ist, kann man zwei Linux-Distributionen laufen lassen und vielleicht noch ein Windows dazu und noch ein Fridos und was weiß ich alles. Und die laufen alle in eigenen virtuellen Maschinen und kommen sich nicht gegenseitig ins Gehege. Wenn man jetzt die Perspektive ändert und aus der Sicht des Gastbetriebssystems schaut, sieht es so aus, als ob es auf einem eigenen Rechner laufen würde. Also es gibt nicht andere virtuellen Maschinen drumherum, sondern dieses Gastbetriebssystem, das meint, dass es einen kompletten Rechner mit den zugewiesenen Ressourcen für sich allein hat. Und damit ist es auch überwiegend zufrieden. Und von außen sieht es auch so aus, als ob das Betriebssystem eine eigene Netzwerkkarte hätte. Also diese virtuelle Netzwerkkarte hat eine eigene MAC-Adresse, kann eine eigene IP-Adresse haben und dann sieht es wirklich so aus, als ob man nicht mit einem Rechner da ist, sondern mit einem Rechner und vielen weiteren, die allerdings bloß virtuelle Maschinen sind. Das nennt sich Bridging. Man kann das aber auch so machen, dass sich alle nach außen hin dieselbe IP-Adresse teilen. Das ist quasi das, was euer Router für euch übernimmt. Also von außen betrachtet, aus Internetrichtung, habt ihr eine IP-Adresse und dahinter sind beliebig viele weitere Netzwerkgeräte. Also jedenfalls in der IPv4-Welt. Genauso wie es nicht nur eine Distribution gibt, gibt es halt verschiedene Virtualisierungslösungen, die alle so ihre Vor- und Nachteile haben. Und wenn ihr jetzt noch keinen Virtualisierer installiert habt oder euch mit einem gut auskennt und den schnell installieren könnt oder in eurem Betriebssystem eh schon drin habt, dann würde ich euch empfehlen, Virtualbox zu nehmen. Das aus mehreren Gründen. Einmal der Einfachheit halber, das ist für verschiedene Plattformen verfügbar und das sieht überall sehr ähnlich aus und macht quasi auch genau dasselbe. Also ihr könnt es auf Linux installieren, auf Windows, auf Mac OS, sowohl auf der Intel-Version als auch in einer Entwickler-Vorschau auf diesen M1 und M2 Apple Silicon oder so, auf diesen Chips, die ARM64 basiert sind. Das soll funktionieren, aber ich kann es nicht ausprobieren. Also probiert es einfach mal aus, ob es funktioniert und schreibt es in die Kommentare. Würde mich interessieren. Ihr könnt Virtualbox auch auf Solaris installieren. Ja, das Ganze ist erst mal freie Software, allerdings mit der Einschränkung, wenn ihr dieses Virtualbox Extension Pack installiert, dann gibt es zusätzliche Funktionen, aber diese Funktionen sind mit so einem, ich sag mal, so ein bisschen Knebel-Lizenzvertrag verbunden. Also das dürft ihr denn nicht mehr für Produktivumgebungen verwenden, es sei denn jetzt halt eine ganze Menge an Oracle oder ihr dürft es nur noch für Forschung, Lehre und zum Ausprobieren verwenden. Also von daher ist das so ein bisschen problematisch. Wenn ihr wirklich frei sein wollt, bleiben wollt, nimmt das normale Virtualbox und installiert diese Erweiterung nicht. Runterladen könnt ihr das Ganze von der Virtualbox Homepage. Da gibt es für die verschiedenen Betriebssysteme, Installationspakete und da gibt es, falls ihr das machen möchtet, auch diese Virtualbox Extension, also dieses Paket dazu. Aber das könnt ihr auch weglassen. Für die meisten Sachen braucht man es nicht unbedingt. Da sind solche Sachen drin, wie USB-3-Unterstützung. Aber wenn ihr jetzt nicht vorhabt, schnelle USB-Sticks in eine virtuelle Maschine umzuleiten, dann braucht ihr das nicht. Und da sind noch ein paar andere Sachen bei, die mehr oder weniger Vorteile haben, aber man braucht es nicht wirklich. Also wenn ihr auf der sicheren Seite sein wollt, lasst das einfach weg, nicht dazu installieren, dann ist das gut. Das ist das Virtualbox, wie es bei mir aussieht. Also das ist diese Oberfläche da und ich habe schon eine ganze Menge damit gemacht. Ich habe eine Menge virtuelle Maschinen hier drin und wenn ihr jetzt Virtualbox installiert habt, dann ist das links komplett leer. Also tun wir mal so, als ob das bei mir auch leer wäre. Also oben auf Neu draufklicken und dann vergeben wir einen Namen für unsere erste virtuelle Maschine. Das Ganze soll ein Debian 12 sein und ich nenne das mal Linux begreifen. Aus dem Namen hat er jetzt schon rausgekriegt, dass es ein Linux ist, also Debian kennt er vom Begriff her und dass es ein Debian 64 Bit ist. Das kann man auch anpassen, wenn es jetzt eine andere Distribution sein sollte oder die Erkennung nicht geklappt hat, kann man es auch nochmal hier anders anpassen und es gibt dort auch noch verschiedene andere Betriebssysteme. Aber es soll um Linux gehen. Dann einmal vorwärts und jetzt kann ich sagen, wie viel Arbeitsspeicher ich dem System zuweisen möchte. Ich habe hier in diesem System 32 GB Arbeitsspeicher drin und jetzt kann ich einen gewissen Wert der virtuellen Maschine zuweisen. Das steht auf 2 GB, also diese 2048 MB. Ich kann dem auch mehr geben, aber für unsere Zwecke brauchen wir eigentlich nicht so viel oder man kann es nachträglich auch noch erhöhen, ohne dass man das Debian neu installieren müsste. Bei den CPUs ist es genauso. Ich habe hier vier physikalische Kerne drin. Da ist dann hier auch diese grüne Grenze. Mehr sollte ich dem nicht geben. Plus hier weitere vier durch dieses Hyperthreading oder wie es bei AMD heißt. Das kommt nochmal mit oben drauf. Man sollte das nicht übertreiben. Also zwei sind vollkommen okay für die Sachen, die wir höchstwahrscheinlich vorhaben, die ich so im Hinterkopf habe, was ich so machen möchte. Da brauchen wir nicht so viel Arbeitsspeicher und auch nicht so viel CPU. Also das ist in Ordnung. EFI brauchen wir in diesem Fall auch nicht. Von daher lassen wir das abgehakt. Vorwärts. Jetzt unsere virtuelle Festplatte. Das ist auf der wirklichen physikalischen Festplatte oder auf der SSD eine Datei, wo alles drin gespeichert wird, was in dieser virtuellen Festplatte drin ist. Da können wir eine Maximalgröße festlegen. Ich sage hier mal 50 Gigabyte. Und diese 50 Gigabyte, die werden nicht sofort auf dem physikalischen Medium angelegt, sondern das ist die Maximalgröße. Und diese Datei wächst an, wenn das Betriebssystem, was in der virtuellen Maschine läuft, Daten auf die virtuelle Platte schreibt. Und am Anfang ist diese Datei relativ klein. Ich könnte natürlich auch hier machen, volle Größe erzeugen. Dann werden mir erst mal 50 Gigabyte, quasi Nullen auf die Platte geschrieben. Das macht nicht so großartig Sinn. Also von daher würde ich das immer dynamisch wachsend machen. Und das Betriebssystem, was in der VM läuft, das sieht wirklich die vollen 50 Gigabyte. Ja, nachdem wir uns dafür entschieden haben, ihr könnt auch was Kleineres nehmen, aber 50, das klingt erstmal ganz gut. Da haben wir auch ein bisschen Luft nach oben. Dann wiederum auf Vorwärts und dann haben wir nochmal so einen Überblick über unsere virtuelle Maschine, wie die heißt, wo das Ganze angelegt werden soll. Also hier Maschinenordner ist bei mir der hier und wie viel Speicher das Ganze kriegt, wie viel Hauptspeicher, wie viel CPUs und wie groß diese Festplatte sein soll. Einmal auf Fertigstellen klicken und dann haben wir ja unten unsere neue virtuelle Maschine. Wenn ich jetzt auf Starten gehe, dann kommt so ein Dialog hier. Es wurde kein Bootmedium gefunden. Das stimmt. Wir müssen nämlich jetzt noch unsere virtuelle CD oder DVD einlegen. Das machen wir. Also je nach Betriebssystem wird das jetzt wahrscheinlich anders aussehen. Bei mir sieht es so aus. So einmal hier drauf gehen und jetzt muss ich mir noch aussuchen, wo ich das Ganze gespeichert habe. Also auf Ändern bei mir und hier kriege ich schon mal vorgeschlagen, wo sich das befindet. Bei euch ist es natürlich woanders und ich habe mehrere ISOs da drauf und dann nehme ich das Richtige. Für mich ist es jetzt im Moment noch dieser Bookworm RC3. Für euch, je nachdem, wann ihr es anguckt, ist es vielleicht genau dasselbe oder eine Version von dem fertigen TBN 12. Dann auf Öffnen gehen und Einbinden und Startvorgang wiederholen. Und schon ist das gebootet. Jedenfalls habe ich ja diesen Bootmanager, wo ich mir verschiedene Optionen aussuchen kann. Ich kann das Ganze mit den Pfeil hoch und runter Tasten ändern. Also die Maus macht da noch nichts. Ich kann einmal diese Graphical Install machen, also eine grafische Installation oder das, wo es nicht bei steht. Das macht das Ganze im Textmodus. Ich könnte ja auch noch irgendwelche Zusatzoptionen oder sonst irgendwas machen. Das brauche ich aber nicht. In VirtualBox funktioniert die Hardware so, dass ich hier die grafische Installation machen kann. Ich nehme die auch mal. Die ist funktionsgleich mit der Textmodus-Variante, sieht aber ein bisschen hübscher aus. Darum nehme ich die auch normalerweise für meine Videos. Einfach bloß, weil es hübscher aussieht. Ist ja auch was fürs Auge. So, also Graphical Install, Enter drücken und dann wird das Bild auch schon einen Tick größer und schon sind wir im eigentlichen Installationsmenü und jetzt habe ich hier eine richtige Maus, also diese schwarze Maus. Das ist die, die direkt in der virtuellen Maschine ist. Dann gehen wir runter auf Deutsch, denke ich mal. Für die meisten von euch wird das wohl eher so die Sprache der Wahl sein. Ihr könnt auch was anderes nehmen, aber ich mache das Ganze hier auf Deutsch. Also Continue. Und schon ist die Sprache hier auch umgestellt. Und jetzt können wir noch auswählen, in welchem Land wir uns befinden. Deutsch wird in einigen Ländern gesprochen. Also ja, wählt das aus, wo ihr euch befindet. Für mich ist es Deutschland, also lasse ich es auf der Voreinstellung. Wiederum weiter. Dann Tastatur konfigurieren. Ich habe so eine Standard-Deutsche Tastatur vor mir, also ist das auch in Ordnung. Nochmal weiter. Und jetzt werden noch so ein paar Komponenten geladen. Das geht auch relativ schnell für Treiber und Partitionieren und Formatieren, Programme und so weiter. Und jetzt sind wir schon beim Netzwerk. Da versucht, das Debian-Installationsprogramm die Netzwerkkarte zu konfigurieren über DHCP, IPv6 und sonst irgendwas. Wenn ihr an der Konfiguration von der virtuellen Maschine nichts verändert habt, dann funktioniert das auch so. Denn VirtualBox bringt einen virtuellen DHCP-Server mit, nur für die virtuellen Maschinen. Also klappt das Ganze. Ja, genau. Das Ganze ging zu schnell. Von daher machen wir jetzt weiter bei dem nächsten Punkt hier. Wie soll der Rechner heißen? Ich mache das immer ganz gerne. Ich benenne die nach der Distribution, die drauf ist. Also D12 für Debian 12. Und dann können wir hier noch machen, vielleicht LB für Linux begreifen. Dass wir genau wissen, wie das System heißt und dass wir auch wissen, wofür das gut ist. Also DBA und 12 Linux begreifen. Könnt ihr aber auch anders machen. Danach einmal auf Weitergehen. Dann, falls dieser Rechner innerhalb vom Internet verfügbar wäre oder wir hier eine DNS-Struktur hätten, dann können wir jetzt auch noch einen Domain-Namen dafür angeben. Haben wir aber nicht. Das Ganze fängt erstmal relativ einfach an mit meiner Serie. Und keine Ahnung, vielleicht machen wir sowas später nochmal. Dann können wir es aber auch nochmal anpassen. Also leer lassen. Weiter. Bei Debian ist es so, dass wir einen Systemadministrator haben. Der heißt ROOT. Also R-O-O-T. Also wie Wurzel. Dem geben wir ein Passwort. Also normalerweise ein relativ kompliziertes. und schwer zu erraten ist, damit man das Angreifer nicht so einfach macht. Für Testzwecke können wir es aber auch kurz machen. Ich mache das einfach mal. Aber für Produktivsysteme bitte macht es lang und kompliziert. Das ist nur für eure Sicherheit da. So, also das ist unser ROOT-Benutzer. Das ist der super Benutzer, der wirklich alles darf. Also das ist ein Konto, was es wirklich zu schützen gilt. Wenn wir das jetzt angegeben haben, ein sicheres Passwort hoffentlich auf Weiter gehen. Und jetzt legen wir einen normalen Benutzer an. Also einer, der nicht privilegiert ist, der auf dem Desktop arbeitet und sonst was macht. Und dieses ROOT-Konto verwenden wir nur dann, wenn wir Dinge konfigurieren oder Software installieren möchten. Mein Benutzer heißt ja einfach mal LB. Der Benutzername heißt auch LB, weil es so einfach ist und bekommt natürlich auch ein Passwort. Oh, eins zu weit. Anstelle auf Weiter zu klicken, könnt ihr auch einfach Enter drücken und dann geht es schon weiter. Uhr wurde kurz eingestellt über NTP. Das funktioniert, weil es Netzwerkverbindungen gibt. Und jetzt wählen wir aus, wie wir das System formatieren möchten. Wir haben ja 50 GB Festplatte, wenn ihr meiner Empfehlung gefolgt seid. Und die können wir jetzt quasi frei partitionieren und formatieren. Wir können das System auch über ein LVM machen. Also das ist so eine Art Partitionierung. Bloß lässt sich nachher im Betrieb ein bisschen anpassen. Da kann man auch zusätzliche Festplatten noch mit dazu packen und den gemeinsamen Speicher wieder aufteilen und so weiter. Das machen wir vielleicht später irgendwann mal. Man kann das Ganze auch verschlüsseln, was sich für einen Laptop, den ihr auf Reisen mitnehmt, oder für andere Systeme, die einfach wertvolle Daten enthalten, durchaus anbietet. Für die Demonstration oder für die Sachen, die wir am Anfang machen, brauchen wir das aber alles gar nicht. Darum nehmen wir das erste hier. Geführt vollständige Festplatte verwenden. Wir haben bloß eine Festplatte in unserem System drin. Die virtuelle ATA V-Box Hard Disk mit ungefähr 50 GB Platz drauf. Also auswählen, weiter. Und dann haben wir hier verschiedene Möglichkeiten, wie wir es machen können. Ich würde euch auch empfehlen, den ersten Punkt hier zu nehmen. Alle Dateien auf eine Partition für Anfänger empfohlen. Ich würde es auch sonst, also wenn ihr keine Anfänger seid, auch immer auf eine drauf packen. Also hier extra aufteilen mit einer zusätzlichen Partition, die nur für die Benutzerverzeichnisse da ist. Oder das Ganze noch weiter aufzuteilen, finde ich jetzt nicht so sinnvoll. Aber könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich würde empfehlen, das erste hier zu nehmen. Also für unsere ersten Schritte reicht es auf jeden Fall. Ja, also bleibt dabei. Es sei denn, ihr wisst es besser. Weiter. Dann haben wir hier noch die Übersicht über die aktuelle Partitionierung und Formatierung, die sich daraus ergibt. Aus dem Schema, was wir angegeben haben. Also letztendlich der Vorschlag. Wir haben zwei Partitionen. Wir haben hier eine primäre Partition, die fast den ganzen Speicher bis auf ein Gigabyte einnimmt, mit dem Dateisystem ext4 formatiert wird und wo wirklich alles nachher installiert wird. Also der Linux-Kernel kommt da drauf, die Bibliotheken, Treiber, Desktop, die ganzen Kommandozeilenanwendungen und alles. Das kommt da in diese Partition rein. Und dann haben wir noch eine zweite, die Swap ist. Anders als bei anderen Betriebssystemen wahrscheinlich gibt es keine Swap-Datei, sondern eine Partition. Die ist dafür da, wenn euch der Arbeitsspeicher ausgeht, dann werden dort Daten zwischengepuffert. Am besten auf eine SSD, damit es ein bisschen schneller geht. Aber das ist wirklich bloß für den Fall, wenn wirklich der Arbeitsspeicher knapp wird und ansonsten nichts mehr gehen würde, dann wird das benutzt. Wir könnten auch noch hier Software-Rates und sonst irgendwas machen, aber das machen wir jetzt alles gar nicht. Von daher Partitionierung beenden und Änderungen übernehmen. Weiter. Jetzt werden wir noch ein letztes Mal gefragt, ob wir das wirklich machen wollen. Das ist so der letzte Punkt, wo man bei einem schon installierten System noch mal wirklich vorgewarnt wird. Jetzt gehen die Daten aber auch wirklich verloren. Aber da wir ja überhaupt noch nichts drauf haben, wir eine blanke Platte haben, geht das auch vollkommen in Ordnung. Von daher Änderungen auf die Platte schreiben. Ja. Weiter. Ja, das Formatieren und Partitionieren, das ging so schnell, haben wir fast gar nicht gesehen. Jetzt wird erstmal so ein Basissystem installiert, wo wirklich so Basispakete bei sind. Je nachdem, wie schnell euer Rechner ist, kommt ihr früh oder später zu diesem Punkt. Ihr habt da jetzt die Möglichkeit, weitere Installationsmedien einlesen zu lassen. Also wenn ihr jetzt zufälligerweise so einen Satz CD ISOs runtergeladen haben solltet, könnt ihr die jetzt da einfüttern. Aber das machen wir ja nicht. Also von daher sagen wir hier Nein, wie auch die Voreinstellung ist und gehen auf Weiter. Da auf diesem Netzwerk Installations ISO wirklich sehr wenig drauf ist, also wirklich bloß dieses Basissystem und mehr auch nicht, brauchen wir einen Spiegelserver. Das sind verschiedene Server von Universitäten, Firmen und so weiter, die Kapazität zur Verfügung stellen und wo Debian Pakete drauf liegen, die man runterladen und installieren kann. Da solltet ihr was auswählen, was hier netztopologisch in eurer Nähe liegt. Also für mich ist das wiederum Deutschland, einmal auf Weiter und jetzt kann ich mir hier direkt was aussuchen. Wenn ihr jetzt genau wisst, ihr seid in der Nähe von, keine Ahnung, von der TU Klausthal oder der Uni Mainz, dann könnt ihr die mit benutzen. Oder wenn ihr es ganz allgemein haben wollt, könnt ihr das erste hier nehmen, dann wird für euch quasi was ausgesucht. Also von daher, normalerweise lasst es da drauf oder ihr wählt was aus, also auswählen, weiter. Dann, falls ihr einen HTTP-Proxy haben solltet, könnte dieser dazwischen geschaltet werden, also zwischen Internet und eure Debian-Maschine und der speichert Pakete zwischen. So wenn ihr jetzt mehrere Debian-Systeme hättet, die alle so ungefähr denselben Paketstand installieren sollten, speichert der Pakete zwischen und jedes Paket wird bloß einmal aus dem Internet runtergeladen. Spart natürlich Bandbreite, aber da wir uns hier in unserer virtuellen Maschine befinden und wir da nicht so ein kompliziertes Setup, jedenfalls aktuell noch nicht, vielleicht mache ich dazu mal was, haben wir auch kein HTTP-Proxy. Also leer lassen und weiter. Jetzt holt ihr aus dem Internet eine Liste mit verfügbaren Paketen herunter. Das ist so ein Index oder mehrere Index-Dateien, die von dem Paketmanager durchsucht werden können. Ja, da wird noch ein bisschen was nachinstalliert und so weiter. Und jetzt können wir noch entscheiden, ob wir bei dem PopCon mitmachen möchten, also dem Debian Popularity Contest. Da geht es darum, dass an das Debian-Projekt gemeldet wird, welche Pakete wir installiert haben. Das Ganze wird anonymisiert und die Pakete, die besonders häufig angefragt installiert werden, die landen dann auf der ersten CD. Da das Ganze ja kein Produktivsystem ist und ich finde auch jetzt so der Informationsgehalt für die Allgemeinheit nicht so groß ist, würde ich hier eher Nein nehmen und sage jetzt weiter. Wir haben jetzt hier in dem Punkt Softwareauswahl die Möglichkeit, Software auszuwählen. Darum heißt das Ganze so und da können wir uns verschiedene Desktop-Oberflächen aussuchen. Ja, also es gibt nach verschiedenen Geschmacksrichtungen Oberflächen, die man so und so nehmen kann. Und ich würde hier nicht Nomen nehmen, sondern XFCE. Das Ganze ist relativ klein und genügsam, ist super für so eine virtuelle Maschine und es verwirrt auch nicht so stark. Von daher nehmt lieber das und was ich immer dazu packen würde, wäre SSH-Server und die Standard-System-Werkzeuge. Ja, also diese Vorauswahl kann man anpassen, wie man es gerne möchte, denn diese Pakete sind nicht auf dem ISO drauf und da wird runtergeladen, was wir uns hier ausgesucht haben. Also ich würde euch empfehlen, das genau so zu machen, denn darauf basiert nachher auch das, was ich in weiteren Folgen zeigen werde. Also XFCE, das nehme ich hier, wenn ihr einen anderen Desktop unbedingt installieren möchtet, dann wisst ihr genau, warum ihr das tut. Und auf die Eigenarten von anderen Desktops gehe ich auch nicht ein. Also hinterher wiederum auf Weiter klicken und dann wird ordentlich was runtergeladen. In diesem Fall hier 1111 Pakete. Das Runterladen geht bei mir relativ zügig. Das Installieren und Konfigurieren, das dauert doch ein bisschen länger nachher noch. Darum nutzen wir die Zeit für ein paar weitere Folien, die ich schon mal vorbereitet habe. Stichwort Derivat. Das ist was, was euch eventuell in einigen Artikeln mal begegnen könnte. Ein Derivat ist eine Distribution, die von einer anderen Distribution abgeleitet wird. Also vielleicht für einen ganz speziellen Anwendungsfall. Da gibt es sehr spezielle, sowas wie Distributionen und Derivate von anderen, die besonders gut sind für Audio- und Videoproduktionen oder so ein minimaler Docker-Host sind oder besonders optimiert sind auf Spiele oder sonst irgendwas. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viele, die Spezialfälle abdecken. Im Gegensatz dazu ist Debian eine sehr generelle Distribution. Wie wir gerade gesehen haben, wir haben grundlegend schon die Möglichkeit auszuwählen, wie die grafische Oberfläche aussehen soll und welche wir verwenden möchten. Und das gibt es bei einigen anderen Distributionen nicht. Die haben so ein Komplettpaket, da ist alles mit drin und da kann man nicht am Anfang auswählen, dass man was anderes möchte. Also das ist schon mal vorgegeben. Bei Debian ist das nicht der Fall. Ja, beispielhaft. Das Ubuntu, was ich schon erwähnt hatte, das ist ein Debian-Derivat, denn es ist von Debian abgeleitet. Also Ubuntu nimmt Pakete von Debian, modifiziert die zum Teil ein bisschen, macht eine grafisch angepasste Oberfläche, die optisch dem entspricht, was Ubuntu meint, was gut ist. Und dann nennen sie das Ganze Ubuntu. Das ist alles vollkommen in Ordnung, das darf man so machen, das ist legal und überhaupt. Und Linux Mint wiederum ist eine weitere Distribution, die ein Ubuntu-Derivat ist. Denn die nimmt Ubuntu-Pakete, übernimmt die überwiegend, passt zum Teil was an, macht das optisch anders, trifft andere Designentscheidungen und auch technische Entscheidungen. Und insofern ist Linux Mint ein Ubuntu-Direkt-Derivat und von der Abstammung her auch ein Debian-Derivat. Und natürlich gibt es auch noch eine Menge andere Distributionen, die auf keine andere Distribution aufbauen. Die sind also wirklich keine Derivate. Ja, und wenn euch das Ganze mehr interessiert, was es noch so alles gibt, also einige Linux-Distributionen und von wo die abstammen, was auf was aufbaut, da gibt es einen Wikipedia-Artikel dazu. Guckt euch das einfach mal an. Wenn euch das nicht interessiert, dann ignoriert es einfach. Am Anfang ist es vielleicht ein bisschen verwirrend, dass es so eine Vielfalt gibt, geht es bei anderen Betriebssystemen ja nicht. Da kriegt man das Komplettpaket vorgesetzt. Der Desktop sieht jetzt so aus, hat der Hersteller gesagt. Oder wenn der Hersteller meint, naja, jetzt machen wir alles neu, dann müsst ihr mitziehen, wenn ihr eine neue Version davon installiert. Bei Linux ist es nicht so. Da gibt es eine große Möglichkeit, Distributionen zu bauen und anzupassen. Nächstes Stichwort, freie Software. Ja, es bezieht sich nicht auf den Preis, also das Freie dabei, sondern wie im Englischen, also das Free bezieht sich auf Freiheit und nicht auf Kosten. Also das wäre sonst irgendwie Greatest oder keine Ahnung. Also frei, ihr habt Möglichkeiten, die Freiheit dabei, darum geht es. Denn freie Software wie Linux und auch viele Distributionen sowie Debian, diese einzelnen Bestandteile, die da drin sind, die könnt ihr für sehr viele Dinge verwenden. Also ihr habt weitreichende Rechte, was ihr als Benutzer damit machen dürft. Nicht so wie bei anderen Betriebssystemen, wenn ihr eventuell mal so ein Euler, so ein End-User-License-Agreement gelesen habt. Da werdet ihr eventuell staunen, was da alles drin steht, was ihr damit überhaupt alles nicht machen dürft. Ihr habt für das Betriebssystem Geld ausgegeben und habt so gut wie keine Rechte da dran. Und wie ihr es einsetzen dürft, ist auch sehr beschränkt. Und wenn ihr jetzt auf die Idee kommen solltet, dass ihr so ein System einfach kopieren dürft, an Leute verschenken, seid ihr bei den meisten Betriebssystemen da im sehr illegalen Bereich. Aber bei Linux und BSD, anderer freier Software und den ganzen Bibliotheken, Anwendungen und so weiter, da dürft ihr das. Das sind die Freiheiten, die Rechte, die ihr dabei habt. Also ihr habt vier Freiheiten. Die erste Freiheit bedeutet, ihr habt die Freiheit, das Programm, also Betriebssystemen, Anwendungen darauf, für jeden erdenklichen Zweck zu nutzen. Auch für den, an den der Programmierer oder der Hersteller, die Firma, die dahinter steht, nicht gedacht habt. Ihr habt die Freiheit, ihr könnt das benutzen, wie ihr wollt. Dann habt ihr als zweite Freiheit, ihr könnt untersuchen, wie Programme funktionieren und daraus lernen und euch auch für bösartigen Code damit schützen. Und wenn ihr das nicht selbst machen könnt oder euch das egal ist, dann haben immerhin andere Leute die legale Möglichkeit, Code zu analysieren und rauszufinden, wie er funktioniert und zu überprüfen, dass dort keine Sachen eingebaut sind, die dort nicht drin sein sollten. Dann als drittes habt ihr die Möglichkeit, das Programm, das Betriebssystem, die Distribution an andere weiterzugeben. Und damit könnt ihr denen helfen und Probleme lösen oder, weil sie sich kein Betriebssystem leisten können, dann könnt ihr es an beliebig viele Leute verschenken, auf Rechnern installieren, die vielleicht irgendwo ausgemustert wurden. Oder wenn ihr einen riesigen Rechencluster betreiben solltet, könnt ihr es auf X CPUs und Servern installieren, ohne dass ihr irgendwie Lizenzkosten dafür zahlen müsstet. Also ihr habt wirklich dort diese Freiheit weiterzugeben, an egal wen, also an jeden, wo ihr meint, dass das haben sollte oder ihr könnt es auch selbst runterladen, wie Debian das macht. Da gibt es die ISOs zum Runterladen und das gibt es bei verschiedenen anderen Distributionen genauso. Dann habt ihr die Möglichkeit, das Programm, die Distribution oder welche freie Komponente auch immer zu verbessern. Da müsst ihr natürlich einige Kenntnisse für haben. Wenn ihr jetzt einen neuen Desktop machen wollt, könnt ihr einen vorhandenen nehmen und den grafisch so anpassen, wie ihr das haben möchtet. Also einmal Designfähigkeiten solltet ihr dafür natürlich am besten erhaben. Oder ihr könnt auch den Quelltext so verändern, wie ihr es gerne haben möchtet. Dazu müsst ihr natürlich programmieren können, ist ja irgendwie klar. Und das Ganze dürft ihr auch veröffentlichen. Und dann haben wir letztendlich alle was davon, denn es kommt ja also eigentlich ganz natürlich dazu, dass Projekte, also ob das jetzt Desktop sind oder Anwendungen sind, dass die irgendwann vielleicht nicht mehr so interessant für die Entwickler sind, sodass sie Projekte einstellen. Aber wenn es freie Software ist, können andere das fortführen und in ihrem Sinne anpassen. Die Möglichkeit gibt es. Das ist das Schöne dabei. Wenn ihr noch ein bisschen mehr wissen wollt über Lizenzen, dann habe ich dazu noch ein Video hier. In den Folien, die ich hier zeige, sind auch Links dahinter. Und in der Videobeschreibung unten findet ihr den Link zu der Folie und zu quasi der Beschreibung für dieses Video hier. Und dort könnt ihr dann nachschauen und euch nochmal durch die Folien durchhangeln und vielleicht das ohne Video nochmal gucken. Und da stehen alle Links drin. Also meine virtuelle Maschine ist schon relativ weit. Darum hüpfe ich da mal wieder rüber. Jetzt werde ich gefragt, wo ich den Grub Bootloader installieren möchte. Ob ich den jetzt auf meinem primären Laufwerk installieren möchte. Ich habe bloß ein Laufwerk in meinem System drin. Also von daher ist das eine gute Wahl. Und wenn man jetzt irgendwas anderes machen möchte, vielleicht auf dem USB-Stick installieren oder sowas, kann man das noch anpassen. Aber ich möchte das ja gar nicht. Also von daher eine virtuelle Festplatte drin. Da soll das schon drauf. Also bei Ja belassen. Weiter. Jetzt kann ich einmal Gerät von Hand eingeben. Das möchte ich aber gar nicht. Ich nehme das aus der Liste hier drunter. Denn ich habe E-Plus 1. Dieses DevSD-A. Das ist, also SD ist eigentlich SCSI-Disc. Aber das ist uns egal. Das Ganze ist SATA oder egal, was da drunter liegt. Die meisten heißen eben SD. Und dann werden die durchbuchstabiert. Also SDA, SDB, SDC. Und da wir in unserem System bloß eine Festplatte drin haben, gibt es bloß SDA. Weiter. Ja, dann wird noch kurz ein bisschen was eingerichtet. Aber das dauert alles auch nicht so lange. Also das Vortragen von diesen Folien hier, das hat schon länger gedauert, als was im Hintergrund da gelaufen ist. Und je nachdem, wie schnell euer System ist, geht das schneller oder dauert ein bisschen länger. Und natürlich ist es auch abhängig von eurer Internetverbindung. Aber auf halbwegs aktuellen Systemen seid ihr relativ schnell damit durch. Das hier sollte jetzt das Letzte sein, was ihr von dem Installer seht, beziehungsweise die letzte Anweisung, die ihr noch geben solltet. Und also wir haben hier nochmal die Möglichkeit, eigentlich bloß noch weiter zu gehen, um das System neu zu starten. Und bei dem Debian-Installer ist es auch so, dass dieses virtuelle ISO aus dem virtuellen Laufwerk rausgenommen wird. Also nicht das virtuelle ISO, sondern die ISO-Datei wird aus dem virtuellen Laufwerk rausgenommen. Einmal auf Weitergehen und dann macht das ganze Ding einen Neustart. Dann haben wir wieder das Symbol da und das Logo und so weiter. Und da könnten wir jetzt nochmal auswählen, dass wir was anderes wollten. Das ist dieser Grab-Bootloader. Und genau, da sehen wir ein bisschen einzelne Komponenten, die dort gestartet werden. Ja, und jetzt sind wir auch da. Jetzt haben wir unseren Anmeldemanager und da können wir uns denn mit unserem Benutzerkonto anmelden. Nehmt dann nicht euer Hutkonto, sondern das normale Konto. So, das wäre es auch für diese Folge. Ich hoffe, ihr habt dabei jetzt so ein paar Sachen mitgenommen. Ansonsten könnt ihr auch nochmal zurückspringen, euch diese Stichworte vielleicht nochmal angucken. Oder wenn es an einigen Stellen zu schnell war, nochmal zurückspulen, vielleicht langsamer abspulen. Und genau. Ja, das war es für dieses Mal von Linux begreifen. Eine Serie, die ich mal hin und wieder fortführen werde. Wenn ich mal denke, naja, ich könnte jetzt mal wiederum was machen. Ich mache ja auch eine Menge anderer Themen bei mir im Kanal. Ja, wenn euch das interessiert, schreibt es gerne in die Kommentare dazu. Wenn ihr euch dieses Handbuch, was ich dort veröffentlicht habe, anschaut, dann könnt ihr auch einfach mal reinschreiben, welche Themen euch besonders interessieren. Dass ich dir dann vielleicht vorziehe, anstelle von was anderem, was mir so spontan einfällt. Genau. Und wenn ihr mich natürlich buchen möchtet für Vorträge, Workshops oder was weiß ich, online, offline, sonst irgendwas. Dann geht auf meine Seite. Ja, ansonsten macht es nach, macht es nicht nach. Abonnieren, Glocke drücken, weitersagen. Und bis zum nächsten Mal und tschüss.